Musik 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 Was machst du da? Boah ey, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Gib nochmal Match nochmal, ok. Doch mit will ich machen. Bin grad zu faul. Also man geht rein. Du stehst genau da, wo man nicht hin will. Schieb's da jetzt weg. Müsstest du das Passwort noch lösen. Ja weiß ich nicht. Geh aus der Ecke raus. Ja warte, ich muss fragen, was das denn eigentlich verletzt hat. Aber wo? Was denn? So gebackt war. Dann wäre das ja hier einen runter. Dann weiter. Hier einen runter. Weiß ich noch. Achso. Mach mal Half Steps. Ja, wir haben noch welche irgendwo. Ja, warte. Oh, wie war denn das? Oh, wie war denn das? Ich fühlst du die Kistenloch noch vorbeigehen mit der Treppe hoch. Hm. Ich strotze, dass ich nicht die Gänze in der Aktion. Ja. So ist das Leben. Da! Ich meine aber, wir haben keine noch Sätze mehr. Guck mal auf. Es waren vier Stück. Sind doch in manchen welche. Ich bin nur egal. Ich hab Blech aus Holz noch viel. Da meinte ich auch noch welche. Wie das? Ja, aber unsere Rohstoffe wären wirklich knapp in letzter Zeit. Ja, irgendwie... Ja, sie waren auch in letzter Zeit nicht sehr oft. Und... Eigentlich nie. Ist das... Ne, wir waren gestern noch kurz. Ne, gestern ging das Server nicht mehr. Ja. Vorgestern war mal. Wir waren fünf Minuten gestern an. Ja, fünf Minuten danach ging das Server nicht mehr. Ich hab 34 Absatz. Er ist mit Nacht. Echt? Ja, egal. Ist das ein Sperr oder so? Ne. Das war in meinem Inventar... Achso, stimmt. Also, das Inventar von Kieren ist noch da. Also, was wir dann im letzten Part hatten. Aber von mir mein Inventar ist weg. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hab da glaube ich nicht viel drin. Müsste ich nur mal nachschauen, aber... Boah, er schreckt mich nicht. Boah, ich bin der Zaum. Ja, ich will da hoch. Ja, ich will da bauen. Denn lass doch erst mal Penn gehen. Okay. Wo will ich jetzt da den laufen? Ne? Du hast vergessen, da muss noch einer hin. Oh. Wo du stehst. Okay. Okay. Ich darf noch kurz und sterben. Für uns beide. Stein oder Eisen? Na ja, Eisen. Also, Eisen haben wir... So, falls ihr euch wundert, warum hier zwei Glas-Paints fehlen... Ey, du hast das immer als Flugloot... Ja, ich war immer zuvor unten rein zu gehen. Und das... Und weil dann hätte ich noch diese Treppe hoch sein müssen... Jetzt steh ich wieder unten. Was denn? Ich hab's gehört. Ich find das... Ich find das Iron-Streit ist am schönsten. Ja. Hör, ich lieg auf der Seite? Du liegst auf der Seite bei mir. Das kann aber auch im Smart Movie liegen, aber der ist eigentlich nicht an. Da hast du schon mal rausgefunden, dass du auf der Seite liegst irgendwie. Oh. Was? Ja. Was soll das heißen? Ja. Ja. Ich wollte laufen. Im Stab. Soll ich die Post bei dir gehen, wenn man's machen muss. Ich baue mal weiter. Lass mich mal durch. Ich will weiter nach unten bauen. Ja, warte. Hm? Jetzt passt es nicht mehr. Jetzt passt es wieder. Ich werde auch noch mehr. Vergiss mal einen Block. Ja, ne. Ich komm drunter durch. Ja, man kommt doch normalerweise drunter durch. Wenn man nach Steps setzt, kann man nicht mehr durch. Ja. Ich mach das nie, dass du durchkommst. Jetzt nicht durchkommst. Ich bin ja irgendwie gerade ruhig, ja. Oh. Jetzt hab ich das eigentlich mal nicht gucken, ja. Ja, wir wollten ja eigentlich mal kurz gucken, ne. Oh, kaputt gegangen. Willst du meine? Ne, ich hab noch zwei. Boah. Boah. Hast du auch einen Stammbild? Ne. Äh, dann mal weiter. Ich fand mich grad, wie tief die sind. Oder auf welchen Layer. Guck mal mal. 51. Okay. Recht tief sind wir noch nicht. Warte mal. Ich weiß gar nicht, auf welchen Layer findet man einen Dungeon. Tiefer, ne. Ja, tiefer findet man die erst. Oh, was war das? War eine Fackel. Ne, ich hab einen Block gesetzt. Ja, ich hab einen Betreffnung dazu geflogen. Hä? Komisch. Ist der perfekt, ne? So ist das Leben. So ist mein kräftiges Leben. Ist doch das Leben. Verkaufst grad ein bisschen, weißt du? Echt? Hä? Was ist das? Ich hab doch gesagt, da kommt noch eine Höhle. Scheiße, da hab ich mich hinterfragt. Okay, ist jetzt mehr nicht geworfen. Hier ist Metall. Da ist Kohle. Na, Kohle ist gut, weil wir haben fast nichts mehr. Ich komme. Nein, du kommst nicht. Nicht? Nein. Wahnsinn. Da brauche ich ein Wendelserp runter. Ja, tu das. Oh Mann. Geht's auch noch weiter. Ja, dann gehen wir mal aus meiner Höhle. Ey, ich dachte, oh ey, da oben ist irgendwas. Wackelt die ganze Zeit. Weiß. Also dein Hintern. Hehehe. 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 Hier ist ein Blockerblumen. Wow, wo ist ein Blockerblumen? Ich hab einfach mit sie gerade noch ein Räuche. Ich hab glaube ich ein Dungeon bekommen. Ja? Ich glaube. Aber der Sklett hat mich eben geschossen. Ich hab ihm eigentlich keinen Schaden bekommen. Tja. Gott ist ja gar nicht drauf und irgendwie 40 FPS. Da ist der jetzt gar nicht, ja schade. Gott ist ja gar nicht drauf und irgendwie 40 FPS. Ne, soll nur Ausbilder nicht mehr. Könnt aber so einer sein. Wenn sie nicht im Creeper kommen sollen. Ja, ne, Tommy. Creeper! Ich will nicht mehr, ey. Weißt du um die Treppe nochmal? Ja, ich bin noch grad auf dem Weg dahin. Ja, aber ich hab die. Zombie soll erstmal hin aufkommen, damit ich nicht treffen kann. Jetzt will ich erstmal wieder auflaufen, dann kann ich da auch wieder runter. Oh, ey. Das ist echt geil, 40 FPS, sonst hatte ich 16. Der haben die Höhne nur angeschnitten, ne? Ja. So irgendwie, manchmal trifft das Glück nicht, hab ich das Gefühl. Nö. Da, an der Wand praktisch da. Ja, das trifft ich dir die ganze Zeit. Ich hab grad keinen Bock mehr, ey. Da unten lag irgendwo ein Creeper rum. Und ich ein Creeper. Da ist es doch. Dürfte den... Zuschauern, wenn du dort welche zuschauen, auch aufgefallen sein. Ich ein Creeper, ist nicht gut. Okay, obwohl ich weiß ja wo ich bin. Die will Creeper. Weiß er doch. Das ist ja nur aus mit Dungeon. Ey Sven. Die Treppe passt perfekt rein. Vielleicht fehlen wir ja noch rein. Die Höhle ist groß. Da haben wir doch irgendwie irgendwie an sich. Nee, eigentlich nicht. Da hat doch eben Creeper zisch gemacht oder nicht. Guck dir jetzt nicht. Hier ist Gold. Ey, ich seh dich. Die siehst du nicht. Keine Ahnung. Guck mal die Creeper ab. Ja. Ich brauche das Spoiler. Boah. 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 So Sau. � Marc. Ich mach mal Favorite. Aber du bist am esse. Sport vonocoon gros默. Na dann habe ich translangere mich an. Ja. Für ruh Nonag. Es cope ost pronomatisch aus projet interpretiert würde. Wenn Du Theme sagst richtigviel bastard. Wieso. Ne. Ja. Das ist Klett. Ich hab den Text nach der Decke gemacht. Boah, da geht's weiter. Voll die Tone. Ich wollte hier Metall wieder nehmen. Ich hab eine Schlucht gefunden. Da ist Gold, da ist Metall, hier ist alles. Hier ist Schlucht, sagen wir es so. Da steht doch ein Samenbrunnen drin. Da steht doch ein Samenbrunnen drin. Ich glaube, es ist das andere, ja. Die sind immer noch da. Ja, das ist aber immer noch da. Wo? Weiß ich nicht. Spawner? Glaub ich auch nicht. Nee. Hat ja wohl eben Puff. Dann bist du einfach mal sehen. Ein Slime, ein Slime, ein Slime. Ein Slime, wo 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 wo? Da unten. Da hinten. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Komm hoch bis hin. Ja, wir sind der Ausweiter. Das muss ich die Hand punchen. Komm, man muss rein. Ich hab den Slime, wo jetzt. Ich hab den Trotlicht bekommen. Ja. Ja. Ich hab den Trotlicht. Oh scheiße. Da oben ist er. Wo, wo, wo. Da war ein kleiner. Mann, ich seh den nicht, der wackt sich irgendwo lang, der wackt sich vor mir oder am Boden irgendwo lang, nein, aber trotzdem, wenn der sich lang wackt, kann ich ihm nicht schlagen, komm mal her und buddel um mich rum. Bist du links lang gegangen? Da war er da nicht. Aber wo vorhin war es? Bin hoch gegangen. Komm einfach mal zurück, denn ich weiß, wer denn geht. Aber da hinten ist unten noch nicht mehr Gold. Ich hab's ja bis dahin lang gegangen. Also ich steh immer noch gerade bei den Liedkappen. Ich seh deinen Namen auch. Ja, da bist du. Das ist doch an der Style. Hier in die Slimeball. Ja? Einer, ja. So einen Slimeball hab ich schon mal. Aber ich war ja noch von welchen verfolgt. Die müssen hier nur noch was sein. Was ist überhaupt noch wo ich bin? Ich weiß nicht, hast du. Ich weiß nicht, hast du dir das Licht? Hier geht die Hülle noch runter. Ah, jetzt geht's. Ich bin insIrn's Land gestorben. oder eben mann ich hätte jeder schwer fast die schädel gerammt der toller slime backt sich durch die wand es waren sogar zwei ist ja ich will doch erst mal gucken ob wir an welchen mobs sind das mache ich immer so hast du dir die Parts nicht angeguckt doch wer mitgespielt war nicht angeguckt überall einige das ist kein Kabuston, es sah so aus so ein Sporner wäre schon eine kleine ok jetzt musst du vor wenn du noch frackeln hast ich habe noch drei frackeln ok wir sollten nach hause da hinten ist ein Licht ja ich denke mal Lava ja ne ist ne Fackel ja da warnt sie warte ich kann rüber bauen ich könnte auch bauen ah da komm doch mit hier rüber du Vogel tu einfach mal so aufgucken toll ja da waren wir jetzt ja ja hier kommt man glaube ich wieder nach oben irgendwo ja hier ist doch unsere Treppe nach oben komm dann muss erstmal nach oben gehen und zwei zu holen weil Kohle haben wir hier unten würde ich sagen ja toll dann mach doch Sticks ich hab mehr als zwei Sticks mit ja du bist so schlau Junge ich bin entschuldig ich bin ich bin bei dir zwei extreme Reaktionen wie zwei Sticks nur Sticks 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 ich hab schon mehr als ein Sticks dabei wie so nimmst du so viel mit in der Hölle da hast du die Kohle die ich gesucht habe ok ein Sticks hab ich schon ja dann mach noch einen und dann gib mir den zwei Sticks ja dann gib mir einen Sticks einer reicht und vier Kohle ich hab ein Spinnauge ich hab vier Marui da da wo ist da da ist da ja 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 ich hab ein Slimeball ich bin wichtig ja oder der leger ja 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 wo war es noch Kohle äh Metall Gold gesehen ja das war ein und es hat noch mal das ist Gold oh man schiebt mich hier nicht weg soll ich mich hier nicht weg was das ist da ja doch ich soll aber erstmal gucken nicht in den Springman Creeper Creeper auf dem Kopf Außerdem werden wir hier jetzt, wir haben jetzt eine Höhle direkt unter unserem Haus und wir haben schon wieder...